Hallo, ich bin dankbar für die Treue gekommen. Mein Name ist Mary Fair und das sind die lieben vier Videos. Wir freuen uns, dass wir in der Treue kommen, und wir wollen mit uns auf Gott studieren. Wir wollen erst die Päuter studieren und das ist ein breitwort. Päuter steht geschrieben, dass die Menschen nie werden im Glauben. Und das bedeutet ein Motto, dass sie in der Glauben vollstuhren sollen. Gerade die Schwierigkeiten und Lieden müssen durchgehen. Und sie sollen sich vorstuholen im Glauben. Und ich habe auch gerühlig viel gehört, zu sagen. Und das braucht auch für uns nun. Und ich habe auch viel Motto gesprochen, von wo wir uns Christliche leben und leben in dieser Welt. Und so, das letzte Mal dann reden wir von Dauper Läuven. Und das ist eine von den Dingen, die der Helder gestet hat, in uns großen, aus Christen. Und in Galater 5 kann ich dort lesen. Und so, wir haben das, was der Helder gestet hat, in uns großen, in uns, der durch unser Leben rückte. So eine Zeit läuft. Und dann, wir reden auch von vielen Jahren abnehmen. Und so, in der Zeit, wo Petrus das Buch schrieben hat, dort wird es dann sehr wichtig gewesen, dort sollt ihr ihr Hemmes aufmerken, der dort wird dort reisen, vielleicht für die Gottesarbeit, dort auch von Jäulung inspräuden. Währends dort wird nicht so leicht gewesen, dem Hemmer aufmerken, dem bloß ein Hotelrenten, wo sie dort reisen. Und so, dort ist es auch neugierig für uns, dort will unser Hemmer dort aufmerken, der andere. Wo er dort nicht steht, für den Blieben. Und so, ich habe eine Geschichte, was ich konnte letztes Mal aufmerken, weil ich habe da nicht angedacht, und mir fällt da ein bisschen, wenn ich das aufhört mir und mir sage, dass ich das noch mitgebracht habe. Dann ist das bloß ein wunderbares Bild von, wo wir als Menschen sollen unser Hemmer aufmerken der anderen Christen. Und wir, das ist auch wenn ich 20 Jahre alt bin, wenn wir dann mal in Toronto reisen, da kann man eine Predigt haben, und wir wollen hier gucken, und so, wir fuhren da hin, und wenn es wieder werden soll, dann solltet er eine Frage für uns, und so fragt uns, von wo wir wären, und aus wie alle Städte haben wir geblieben. Und wir sehen da auch, wir hören noch nicht, keine Städte, wo wir bleiben wollen, und dann seht sie, dass er Matti bei mir in der Haus geblieben. Und so wie nur dort, dann fuhren wir in der Haus, und so geht uns, er barst die Baden, die wir beim Schlucken, in den Abend, dann scheint er noch fremd zu haben, mit er getoren, und wir haben Gott geblieben und gepresst, wie auch in der Haus, den Abend. Dort wird ein wunderschöner Tag, ich kann einfach trinken, wie von den Baden hochraden, wie es wieder in den Herren laufen, mit Gesang. Und dann den nächsten Sommer ist dann jetzt ein bisschen wunderbarer Freistück wieder wegzuführen. Und das ist ein wunderbarer Bild, von wo wir als Christen sollen unsere Hämmer aufmerken, unsere Menschen. Und so, wie in der Bibel sagt es auch, wir sollen jeden Jahr abnehmen. Und so, wie kann das sein, wo das ist. Und so, ich will natürlich, dass Füße in Farschen Tienen aufnehmen in 1. Petrusfeuer. Aber, wie gesagt, von uns heute merken, ich fahle mich sehr so, dass wir vielleicht erst mal von reden, in dieser Farschen reden wir von den guten Brücken, einer der anderen zu tun, in dieser Brücken, dass Gott verheirlicht wird. Und ich dachte so, wo viele von uns vielleicht nie Christen sind, und wir haben noch nicht viel geliebt von jetzlichen Gufen. und so, ich fahle mich so, dass Gott will haben, ich soll erst mal studieren, was diese jetzliche Gufen sind, sodass wir verstehen, wo die sind, und dort wird Gott anzuwiesen, was er uns geschaffen hat für jetzliche Gufen. Und so, das wird Punkt 1 sein von 3, von diesen jetzlichen Gufen-Videos. Und dann, das erste, weil wir reden, dass du Gufen sind, und dann sind noch jetzliche Gufen. Und alle Menschen, gerade in die jetzlichen Fall, sind, wir haben alle Gufen. Und das sind Dinge, die singen, vielleicht nähen, eten, merken, backen, diese Dinge, und alle Menschen haben Gufen. Und dann sind auch noch jetzliche Gufen. Und das sind die Gufen aus Christen, wenn wir uns jetzliche annehmen, uns anz hellen, und dann die hellen jetzliche Gufen, die einzige Menschen haben immer das eine Gufen, dann gebt er uns Gufen dem Gott Däuen. Und so, darüber wir reden, von den jetzlichen Gufen. Und wenn wir nicht finden, was unsere jetzliche Gufen sind, die Däuen wieder brechen, die Däuen was wieder an. Und so, wenn einzig mal dann wir rutsch in den verschiedenen Städten Däuen in die Gufen dort wir wollen ütfing was anz Gufen ist von den Helden jetzt. Einzig mal wenn einer will Däuen in die Gufen dann wird eine an Däuen ist sicherlich meine Gufen wenn wir haben Däuen und wir sollen Däuen nicht anz Gufen So, Gott hat verschiedene Wäi Däuen anz Gufen wissen und so wie wollen die anz Gufen sein Gott freund Wot von Gufen hast die mir gejew und wo kann ich diese Gufen brauchen dem anderen Menschen dem Gufen däuen und dazu brauchen dass du verhörlich wirst und so ähm ähm Gufen und hässliche Gufen sollen uns gejew däuen ab dass wir sollen andere Menschen däuen damit Das ist nicht Däuen Brücken für mich selbst ähm Ich war ein junger Christ und so äh äh Tö ja Gott Däuen Ich freud mich so sehr Ich habe Jesus Ojen aus Hell und mich freud gemerkt und ich freud mich dem Am Däuen und ich dachte Wot hat Gott mir gejew dem Am Däuen und Ich verstehe nicht viel von jessliche Gufen und so Ich kipp mich dem Hangeven dem Gott Däuen und ich fange und die lehre von jessliche Gufen dass in Wirklichkeit nichts mit mit Däuen und alles mit Däuen von Wohre Helle Gäste Wohre Däuen Däuen Wohre Und so Ich denke dass ein Junge Christ wird wieder ein Junge Mame Klaus und die Fri die Klaus zu lernen dort sie will seine Amt und Familie will eine andere Kauk und die durch die Kauk anfangen und dann fragte die Frau wer wuerlich sein der Klaus zu nehmen in der Bibelstunde zu lernen was wir dort waren und ich weiß die Zeit noch nicht was von der Jasmie gief hat und ich fiel mir bloß so meine Hunde abheben dass ich das würde aber ich war so gerüli sei angst und ich treff habe und ich nicht will und dass wir messen von Gott meine Hunde abheben und sagen ich werde das tun wenn ich nicht was von Gott hat mich gegeben hat und so ich da in seiner Kraft meine Hunde abheben und das fängt an in meinem Leben so er hat gleich in Gott zu studieren und mit anderen Menschen mit anderen und mit früh Gott zu studieren und so er fremde so Gott hat das gut gegeben und wie die Kanzel Brücken aus dem den den Kroff was fehlt dem der Däun und so er fremde und das gut und ich glaube das ist besonders neidig für uns die Mennoniten wie wir so schön dass er kann eine Gau haben und was steht dann ist das wenn ich pochen das ich verstehe aber ein was wir verstehen als Christen ist das gut was ich kann keine Kredit vernehmen wenn das hat der Heilige ist mehr und kann das in seine Kraft und so das ist nicht mehr was ich kann mit pochen wenn es ist bloß in der Sinne genug dass ich er habe kann in den Gauven Däun und so wir waren dort im Denk Hauen now die Gauven studieren in Schrift sind und wir wollen reden wenn jeder einer von uns was interessiert ist und wir wissen dass wir alle Gauven von Gott zu kreien was wir das looten was wir alle tun in unsere Gauven was der Heilige Jez uns gegeben hat was wir die quack looten was wir alle tun in unsere Gauven tun dort wird ein soja in soja grob voll wach wird wie ein Bild sein für die Welt von wo dort sagt wie einer den anderen da Tim Gauven in unsere Gauven was Gott an sie jub hat und so ein Mal da wir vergeben dort ich weiß nicht was meine Gauven ist da war bloß nur nicht da was ich wollte und das ist also ein mal in a verschieden stehen da und dort wieder uns mal übchen wo unsere Gauven gerade sind der Helder jetzt der jaff uns Gauven das Am dort jankert und ähm 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 heute wird diese Menschen sein dort in jeder von ihnen soll seine Gauven brücken den Menschen dem Gauven zu da und so diese das soja neulich dort wieder weil diese Gauven sind uns gejaff dass wie einer den anderen däun so gott die voll dat and so ähm also sagt also der Helder jäst der an Gauven geben das Am dort jankert in 1. Korinther 12 Vers auf da sagt es dass überall das wirkt ein in derselbe jäst und deult in jidrim du nur tau aus heu dort well der Helder jäst die Gauven utdäun in die so dass du nisch fehlt dass die Gauven bröken das bloß wunderbar schmacket bild aus und so der Helder jetzt kann not sein wo die Gauven fehlt die debil hat dich biet 20 verschieden Gauven wurde das abnahn und diese Gauven fängt wie in Römer 12 Vers 6 und 8 und 1. Korinther 12 8 und 28 und 28 und dann in Fäuser Feuer Vers 11 und so keine von diesen Rehen Gauven sind immer rein aber wir sagen es kann sein wir können zwei Kloßen merken so zu sagen und dann haben wir noch eine Liste von Wunder 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 wir abhängen von all das reden und das erste was wir wollen kicken ist die Redengroben und das was wir können sagen Apostel prophecieren hört lehren ermohen was zu reden in Erkenntnis fährt zu bringen und so ich freide mich wenn ich studiere dann fängt ein Missionsblot am Computer an Säure unterhalten und schrieb nicht oder Salz unterhalten und schrieb den Blut und ich freide mich das zu wenn es wird mäßig sein mehlig was das ist und eine weckte da und so ich sei dankbar so wie ich freide mich dass wir können sagen was die Gruven sind was der hellja jetzt hat uns hier fahrt so das erste was wir reden von den Reden Gruven das erklärt so ein Apostel das lese wie in 1. Korinther 12 28 und in der Feier auf und von dem wird wie sein Apostel sind ein Geschenk von einer wer du geschenkt ist der hat eine jessliche Gou aufgekriegen dem Rütt von dem Reisen dem Menschen das Evangelium zu vertellen das Apostel wird bin 75 Mal im Nächsten Testament gebrockt und wird ab zwei Wehr gebrockt ab den Ein Wehr gebrockt bloß für die 12 Apostel die Jesus hat die 12 Jungen die Jesus hat die Apostel und Paul ist die Apostel die sind Jesus die selbst waren und die Apostel die die grund line von der Kioch und so die die mit Wunder und Wunder tegens da die Menschen können sein dass wir wahrhaftig von Gott reden und prädigen und dann du sind ein paar Mal wo die Bibel von red von einem Apostel wie die Apostel die 12 in Polis wird wir und das wurde gebrockt von ein breitere Verständnis von was wir würden vielleicht sein von eine Mission die du rück vor das und andere Menschen vertellen von Jesus und so ein Apostel und Missions das meint das selbe Ding was wir von diesem Weich von einem Apostel reden so Apostel ist der griechische Sprach und Missions kommt von der latin Sprach und Beres meint einer der du gescheckt ist und so das ist der breitere Weich von reden von einem Apostel und so wir würden sein wenn wir reden von den 12 Apostel in Polis dann würden wir sagen von dem nächsten Tag sind nicht meine Apostel so wie entsteht so confused wo man dort wird bitter sein wenn wir dort nicht beruhigen deuten und dort Bibel sehen Missions Arbeit einer der geschickt ist dass wir reden über dass dort dann wir reden und wir wissen dort in Apostel dass die Bibel von den 12 nennen von Polis die wir sagen was das Salz haben mit Jesus top sein und von Jesus lehren und was du wirst gewaß wenn Jesus wird dort gemerkt und so in Apostel die sich 1 vers 1 22 das heißt du wirst mit einer von der Saman da du Tid Eva wie uns gewaß es während der Herr Jesus wie uns riet und nennen je gohn es von dann aus gehones um zu deuten was Jesus von uns genügend wird mit uns top ein sei doof worden dort hoi von dout ab gestohlen es so die Apostels die mussten dort gesäunen haben und mit Jesus gewundert haben und von am gelehrt haben in 2 Korinther 12 vers 12 sagt all dort wird ein Apostel übtegen es man gönnt durch tegens und wunder wo in alle ihr geduld passiert und so das wäre ein tegen von dort wirklich Apostel wären das von 12 und auch von Paulus Paulus nannte sich auch ein Apostel und Jesus hat sich selbst auf der Gose wenn er war in Damaskus war und er hat am alles gelehrt was am vielen dem dem Ephes und drehen und so wir machen auch wenn Menschen seien von der ersten dacht wenn sie sich Apostel nannte wenn es wird die neue Träger sein wie das die kann auch so Apostel sein als in dem Testament wäre und dort ist nicht so wenn uns vier die Apostel wie hat nun Gott sie wird und wie kann Gott sie und dort in Apostel und ab so ein wach das ekel seht der muss haben mit Jesus taub gewohnt und haben von am gelehrt und durch ihr war sein wie sie lebt es und es war dort die mehr so wie wir wollten dort dort das tegen von einem war hoff Apostel und von diesem Tag fehlt uns nicht so Apostel von dem wird wie es sein einer der Missions Oberer und so das ist ein Schluss merken von dem wir treten nächstes Mal und dann wir an das zweite Port von den Redner und dann war das Video nur dort und wir reden von den den guben und so danke für meinen Anstopp sein und dass wir können so ein Wort sagt von von guben und und der steht aus min gebetet jeder einer von uns wird sein Wort von der guben wie hand und so gottes sehen but nächstes mal und dann wer beträgt kommen und wer blieben in gott sin Wut Dank schön